So, hier hat er eben die Stunden. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Das Wort, ja. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm, tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Ach, Gottchen. So, dann erstmal unsere Schwerter wieder anlegen. Äh, sieben Prozent. Das ist schlechter. Was ist denn das? Stahlwaffe. Wir brauchen noch ein Silberschwert. Achso, da. Zack. So, die anderen sind alle schlechter hier. Was mit der Armbrust? Dann ziehen wir unsere Hexer Rüstung natürlich wieder an. Die hier ist besser, glaube ich. Skellige Gumbeson. Oh mein Gott. So, Quests. Okay, wir sollen noch wählen. Oh, okay. Wir haben noch nicht wirklich Quests. Oh, da vorne ist noch eine Quest. Was ist das? Okay. 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 Ich will Karten spielen. Ich will Karten spielen. Das machen wir doch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie unser Deck war, aber ist in Ordnung. Kriegen wir schon hin. Okay, was haben wir denn hier? Dichter Nebel und starker Regen. Klirrende Kälte. Also alle drei eigentlich. Zack. Dann machen wir seinen 10er mal zu einer 1 Der hat gute Karten, ey. Einfach mal so ein 10er rausgehauen, ne? Boah, alter Das ist böse Ja, komm, alter Super Ja, der hat noch 5 Ja, ok Kann ich leider nichts gegen machen Lass es mal Alter, der hat gute Karten, ey Zieh ich jetzt noch eine? Ja, danke Das war wichtig Mal gucken, ob er mit seinen letzten zwei Karten da noch rüberkommt Ach, scheiße Ja, kommt da Der hat aber echt gute Karten gehabt, der Typ Aber ich glaube, wir müssen So, ne So, wir können nochmal gegen den spielen Bis dann Ja, dafür haben wir nicht die Karten So Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers Ja, ich glaube, wir müssen die Karten Ja, ich glaube, wir müssen die Karten Ja, ich glaube, wir müssen die Karten Anscheinend dürfen wir direkt vor den Äh, alles nehmen Dann wollen wir mal weiter Können wir alles verkaufen Wir brauchen Gold Für Schwerter So Wie ich sehe, meinen Platz haben sie schon aufgebaut Finde ich sehr gut Naja Okay Gut Äh Wie war denn das? Ah, hier, Weltkarte So Okay Skellige Genau So So In Weißgarten waren ja jetzt dann noch die ganzen Fragezeichen Genau Und dann haben wir in Wehlen die ganzen Ja Die ganzen Sachen, wo wir jetzt hin müssen Quasi Gut, dann würde ich sagen, reisen wir erstmal einmal nach Wehlen Damit wir das abgeschlossen haben Die Hexer waren wieder vereint Und Geralt war zufrieden Doch der Hexer erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war Und nicht nur das, sie war in Gefahr Geralt musste Cirilla finden Auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennifers Ach, ist das schön Schönes Land Ein bisschen sumpfig, aber in Ordnung Und wie es sein soll Na klar Mensch Wie ein Weihnachtsbaum, nur mit Leichen Ganz schön traurig Ah ja Okay So Falls ihr euch fragt, was wir jetzt hier machen Manchmal sind unter den Leichen noch ein bisschen Geld Oder ein Buch Alles, was die so fallen gelassen haben hier Was denen nicht abgenommen wurde Okay Ich würde aber ganz gerne erstmal Weißgarten fertig machen Und zwar würde ich jetzt mit euch einfach Stück für Stück hier die ganzen Orte mal absuchen Und mal gucken, was uns da so erwartet Geralt und Yennifer waren wieder vereint Und Geralt war zufrieden Doch der Hexe erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war Und nicht nur das, sie war in Gefahr Geralt musste Cirilla finden Auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennifers Und wir haben ja hier auch noch den Thimerischen Schatz Den müssen wir auch noch machen So Bin ich mal gespannt, was uns erwartet Oh Jetzt bist du dran Dieser Tür Alter Keine Angst Den hat er aber zerlegt Den hat es zerledert Na ja, das hat sich doch gelohnt hier So Sehr schön Haben wir da ein paar erledigt Dann würde ich sagen, machen wir gleich den hier Der liegt ja so ein bisschen auf dem Weg Aber da renne ich jetzt nicht hin Plötze Ein Liebespferd Komm bitte her Den hatten wir ja schon So Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen die Welt an hier War auch schön Immer ein bisschen im Sumpf hier rumlaufen Wohl weiß Das muss ein Ort der Macht sein Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen die Welt an 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 Schaden gegen das Vieh, ne? Okay, also der Bär war ja tatsächlich in der Nähe. Jetzt müssen wir noch ein bisschen cranken. So, also das heißt... Oh, wir haben Mut da gehen. Guck an. Ja, okay. Ja, das ist klar. Das wissen wir ja schon. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Ja, wir haben leider noch keinen weiteren Platz hier. Erst ab Stufe 4 schalten wir das frei. 2, 6, 8 und 10. Na gut. Damit können wir uns die Punkte hier eigentlich erstmal aufheben. Ja. Weil wir können damit ja eh nix anfangen erstmal. Plötze. Mensch. Wenn euer Pferd mal so durchdreht, ne? Dann könnt ihr das gerne mit, ähm... mit Axi... Axi? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Axi war. Oh, ne. Da sind die Nächsten. Nein. Uwe. Okay, glaube ich da kommt einer an hier rein. Ah meine Wasser Wunderbar Aua Mann Bist du mein Essen hier nicht? Ja ok Letzt sie Das war knapp Puh, das war knapp. Guck, da kommen auch die Leute zurück. Da waren mein Essen tatsächlich schon alle. Ich dachte, ich habe was geknabbert. Zwischendurch. Aber nein, gut. Das war ja wirklich enger im Höschen. Wir haben auch einen Kröterkundler. Weißt du, was Interessantes? Vielleicht hat der ein paar Gewinnkarten? Natürlich nicht. Was hat der denn hier? Gruft Vibe? Okay, das lohnt sich nicht. Also gegen die paar, gegen die wir da kämpfen, da brauchen wir, glaube ich, sowas gar nicht. Aber wir können hier unseren Alkohol wieder loswerden. Milch, Apfelsaft. Okay. Jo, alles klar. Kleb wohl. Haben die was? Na, das war doch hier schon mal ein etwas heftigerer Kampf. Gucken wir uns da vorne doch mal an. Was jetzt sein soll. Was jetzt sein soll. Was habe ich vorhin hier? Oh, da ist nichts mehr Oh, da vorne ist noch etwas Ist das hier vorne? Komm wieder rein Oh, da ist es wieder Na weg Jetzt kommen wir hier nicht hoch, oder? Oh, nein So, da muss man rumrennen Okay, aber geschafft So, okay Dann müssen wir jetzt hier alles haben, glaube ich Oh, komm schon, Geralt Ach, komm schon, Geralt Nein, besser So, hier haben wir Können wir alles brauchen Oh, dann einfach querfällt ein ja In den Wald Komm schon Wir ziehen dir die Haut ab Komm mal her Komm mal her Dann haben wir alles Dann haben wir alles Äh, wir müssen ein bisschen auf unsere Traglast aufpassen Das heißt, wir sollten uns dann auch langsam mal in ein Dorf begeben, wo wir ein bisschen was verkaufen können Die nächsten Die nächsten größeren Dorf sind dann aber auch in Novigrad oder Wilhelm Tatsächlich erst Ähm, aber wir können das Fragezeichen hier noch mitnehmen und dann mal gucken, ob wir hier oben irgendwas verkaufen können Und aus den Fragezeichen lässt sich auch öfter mal jemand retten, bei dem man dann was verkaufen kann Okay, da drüben sind wir wieder ertrunken Okay, da drüben sind wir wieder ertrunken Okay, da drüben sind wir wieder ertrunken Bewachter Schatz Da kommt er ja hier Hallo Hallo Das war doch mal ein guter Kampf Das hat gut funktioniert Wow, was für ein Schatz Achso, da drüben ist rein Ja, na, sehr schön So, so, so muss das Das ist noch mehr Ah ne, das ist ein Fass, damit ich anzünden kann Alter, lasst Plötze in Ruhe Was seid ihr denn drauf? Die greifen Plötze an Dafür müssen wir nicht sterben Dafür müssen wir nicht sterben Aber wenn es nur einer ist, geht es ja Wir haben hier das Sender Soll ich in ihn rein So, ganz nah drumherum hier. Okay, haben wir das hier auch. Genau, wie gesagt, ich würde mal kurz hier drüben hin und mal gucken, ob ich da was verkaufen kann. Ist ja gar nicht so weit. Ansonsten können wir uns nämlich sehr, sehr schlecht bewegen. So, dann können wir hier nämlich mal die ganzen Schwerter und sowas alles verkaufen. Oh, die hat sogar mehr Rüstung. Dann können wir die verkaufen. Äh, das war die gute, glaube ich. Na, dann können wir die anderen hier auch verkaufen. Ui. Die hat sogar einen Ruhenplatz hier, mittlere Rüstung, leichte Rüstung. Durchbohrenschaden, zerschmettern, Schall, Resistenz aufschlitzen, Resistenz. Okay, die hat sogar 1% mehr Resistenz hier. Gut. Na, dann können wir die hier verkaufen eigentlich. Und dann sind wir wieder etwas leichter unterwegs. Was mit dem Sattel? 20 Ausdauer. Können wir auch reinverkaufen. Ja, die Fälle geben immer richtig gut. Ja. Zack. Jetzt hat er kein Geld mehr. Aber wir sind wieder ein bisschen leerer. Das ist schon mal gut. Pass auf dich auf. So. Zippt. Na, gucken wir mal in unser Inventar. Wir haben ja ein bisschen... Das können wir anlegen. Und das kann wir auch anlegen. Sehr schön. Okay. Ich mach mir ne Schleuder und ihr habt ehren damit. Na, dann machen wir. Viel Glück dabei. So, das haben wir hier unten alles. Äh, ja, dann gehen wir da einfach hier hin. Schön in der Nacht. Ich bin schon wieder Deserteur. Oh. Home Run Contest. mehr hatten die nicht doch da unten liegt was ja 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 ... ... ... ... ... Mensch, ey, steht da ernsthaft der Baum im Weg, Alter, was ist das denn? Okay. Monster Nest. Monster Nest. Gut, mach mal das. Ein Google Nest. Ich muss es zerstören. äh genau dafür brauchen wir eine bombe zerstört monsternest sehr gut herstellen nekrophagenöl können wir auch herstellen absolut und greifen absolut so und jetzt müssen wir reparieren brauchen erstmal einen ort wo wir reparieren können das ist der themärische schatz die mühle gut ich glaube da müssen wir in die andere welt wir brauchen jemanden der die sachen reparieren kann ich weiß nicht ob der zwerg das kann da bin ich mir gerade nicht sicher wir können ja mal gucken dauert ja zum glück nicht lange der ladebalken schwert weg hier komm schon ein wiederkehrender kopf ja danke zeigt mir was du zu 239 will der haben ok ist aber teuer gucken wir gleich mal dass wir uns ein bisschen was wiederholen können hier ok die hat sogar scheiße hätte ich gar nicht reparieren brauchen na gut dann verkaufen wir die jetzt dann hier ach die wollte ich ja nicht verkaufen die brauchen wir ja noch boah zurückhaut meine fresse ey ist aber teuer hier ah das ist diese das genau das sind die eleganten das sind die jägerstiefel na das gold holen wir uns auf jeden fall noch mal wieder von dem ey ok boah das war teuer lebe wohl das war ja ein bisschen blöde jetzt aber gut besuchen flug zum ausleihen die neue ordnung ok schick so das dann packen wir das hier erstmal so erstmal alles rein gepackt hier so genau die hier können wir auch reinpacken ok jetzt sind wir wieder ein bisschen leerer also das ist das ist